Weston McKennie und der BVB. Ein Gerücht, welches sich vor allem in Italien seit letzten Sommer hartnäckig hält. Laut der Turiner Tutu Sport, die als Juve nah gilt, soll Borussia Dortmund aktuell in der Pole Position im Werben um den 24-jährigen Ex-Schalker stehen. Unter anderem sollen übrigens auch Tottenham und Monaco an McKennie interessiert sein. Und Juve selbst würde McKennie am liebsten schon im Winter verkaufen und fordert dabei eine Ablöse um die 30 Millionen Euro. Problem an der Stelle, die Verantwortlichen des BVB hatten angekündigt, eigentlich nichts Großes im Winter machen zu wollen. Andererseits steht gerade mit Emre Can ein Spieler auf der vermeintlichen Abschussliste, der abkommenden Transferfenster bei passendem Angebot den Hut nehmen darf. Und da bräuchte man dann natürlich einen Ersatz. Darüber hinaus ist auch die Zukunft von Mohr Dahoud noch nicht endgültig geklärt und die Gerüchte um einen Bellingham-Abgang reißen auch nicht wirklich ab. Nein, sie werden eher weiter angeheizt. Dementsprechend macht es aus Dortmunder Sicht zumindest schon mal Sinn, sich intensiv mit dem einen oder anderen Spieler, der im zentralen Mittelfeld spielen kann, zu beschäftigen. Ich meine im Best Case braucht man einen Scharnersatz und im Worst Case einen für Bellingham. Und da wäre Weston McKennie natürlich ein super interessanter Kandidat. Er bringt eine Vielzahl von Fähigkeiten mit, die dem Dortmunder Spiel gut tun können. Er ist jemand, der sich immer richtig reinwirft. Er bringt die nötige Aggressivität mit. Er verfügt über ein gutes Stellungsspiel und kann sich defensiv wie offensiv ins Spiel mit einbinden. Und über ein gutes Tempo verfügt er auch noch. Er ist ein ziemlich guter Box-to-Box-Spieler, der mit seinen 24 Jahren darüber hinaus auch noch einiges an Steigerungspotenzial mitbringt. Die größte offene Frage ist halt, wenn Juve McKennie tatsächlich im Winter verkaufen möchte, ob die Gegebenheiten dabei für den BVB passen. Denn es müsste zumindest die Klarheit bei Jeanne oder Bellingham herrschen, damit bei den geforderten 30 Millionen nicht sinnlos ins Risiko gegangen wird. Einen blinden Vorgriff auf den nächsten Sommer kann ich mir dabei überhaupt nicht vorstellen. Mal abgesehen davon, dass wenn keiner den BVB im Winter verlassen sollte, dann eher die Außenverteidigerpositionen verstärkt werden müssten. Alles in allem ist das hier eine Stand jetzt extrem schwer zu beurteilende Situation. Dass der BVB Weston McKennie ins Auge gefasst hat, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber für einen Transfer im Winter bräuchte es eben diese angesprochene Klarheit bei einem der anderen Spieler. Und ob man diese jetzt im Januar schon bekommen wird, darf durchaus als fraglich eingestuft werden. Fakt ist aber, der Transfermarkt öffnet bald und dann kann wie immer vieles passieren. Für mich persönlich würde ein Transfer von McKennie dann am meisten Sinn machen, sollte Bellingham tatsächlich auf den BVB zugehen und sagen, dass er spätestens im Sommer wechseln möchte. Dann wäre vielleicht sogar ein Vorgriff auf den Sommer bereits im Winter durchaus denkbar. So oder so wird es auf jeden Fall rund um den BVB richtig interessant werden und möglicherweise spielt Weston McKennie dabei ja tatsächlich eine große Rolle. Dass er Ex-Schalker ist, sollte man vielleicht nicht überbewerten. Denn ganz ehrlich, er wäre nicht der Erste, der die Seiten wechselt. Da hat es in der Vergangenheit ganz andere, mit dem Rupport viel verwurzeltere Transfers gegeben. Aber gut, an der Stelle natürlich erstmal die Frage an euch. Könnt ihr euch Weston McKennie als möglichen Kandidaten fürs Mittelfeld der Dortmunder vorstellen? Schreibt mir gerne mal eure Einschätzung dazu in die Kommentare. Ansonsten Freunde, wenn ihr keine weiteren Neuigkeiten, Transfergerüchte oder Prognosen mehr verpassen wollt, dann vergesst nicht dem Video einen Daumen nach oben da zu lassen und den Kanal zu abonnieren, um immer mit einer frischen Brise Fußball-Content berieselt zu werden. In dem Sinne, macht's besser und bleibt am Ball!